Kann ich eigentlich ne Abkürzung machen und einfach über den Berg hüpfen? Sollte ich vielleicht sogar. Irgendwie die Befürchtung habe, dass irgendwas hier hinter auf mich lauert. Ah, da war was. Aber nur so ein Billigreich geht noch. Ach guck mal, halte Leben weg. Ah, diesmal nicht. Na komm, du hast nen Hammer. Schlag mal zu bitte. Halte, wie viel Damage der nicht tun muss. Was? Wenn der aber loslegt, dann gibt der richtig Gas, ey. Muss ich ihn nur lassen. Mal auf die Map checken, wo wir gerade sind. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Kleriker-Posten. Wenn ich mich dahin trauen sollte. Ich dachte, weil ich hatte vorhin so ein offenes gesehen. Ich dachte, man hätte jetzt einmal hier durchlaufen können. Komplett. Wenn wir nur. Fleisch. Ehebrocken. Bergbank. Mana. Mana. Komm nicht hier Mana. Wir sind beide Kleriker. Wir können hier Mana sein. Bring Granaten. Bergbank. Warte mal, war da jemand? Warte mal, war da jemand? Ne. Ma. Die. Der Agnis-Artifekt. Ne. Ecke Braun. Oh, ein Elex-Trank. Oh, ein Elex-Trank. Ah, Elex-Trank und rein ist Elex. Warte mal. Elex-Trank? Habe ich eigentlich? Ich habe doch. Ich kann rein. Ich kann Elex-Tränke machen. Da fehlt noch was. Ich kann ja mal einen Elex-Trank saufen. Welcher wieder weiß? Propaganda. Power-Army ist Kalans Power. Oh, eine verschlossene Truhe. Soll ich hin? Nein. Shit. Zu einfach. Ja. Da drin. Schachter-Helm. Was ist denn ein Schachter-Helm? So, irgendeinen Rang von denen. Alles Clown. Den kann ich nicht tragen, ne? Den Helm. Weil... Doch, die kann ich wohl. Der gibt eine Rüstung mehr, aber keine Gift-Resistenz. Jawoll! Pidal. Leider Scheiß. Da hat sich doch Clown schon gelohnt. Kann ich da oben irgendwo lang? Ne, ich muss hier unten weiter. Gift-Kraut. Auf jeden Fall da oben hin. Richtung von dem Vulkan. Genau, hier ist Lava. Äh, Magma. Also soll ich... Oder Lava? Ist auch egal. Sollte ich also mehr hier lang laufen? Über diesen... Über diese Brücke, die extra leve angelegt wurde. Weil ich glaube, da ist warm. Ich glaube, da ist zu warm. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da nicht herlaufen sollte. Ich bin sehr zerbrotelig. Ich bin sehr zerbrotelig. Ich bin sehr zerbrotelig. Brennt alles? Was? Und am Ende war dann natürlich ein Raptor auf mich. Zwei Raptoren sogar. Because why not? Alles andere wäre auch albern gewesen. Hm. Hm. Wo muss ich genau hin? Im Prinzip hier... Durch irgendwo. Die Frage ist, ob hier über dem Damm da die Jungs, die da gerade waren, schon irgendwie irgendwelche Quests und so haben. Oder ob die mich umbringen wollten. We'll never know. So, wie kommen wir jetzt an den Viechern vorbei? Wer ist denn da? So, hier ist auf jeden Fall heiß. Aber man kann hier... Hier nicht mehr. Shit. Shit. Arx wartet. Okay. Er geht nicht mit mir ins... ins Verderben. Da warte ich hier lieber, sagt er. Ey, was ein Arsch. Weißt du? Das Risiko getötet zu werden ist hier besonders hoch. Meinst du? Das ist nur ein Lavasee... äh, Fluss. Woll doch nicht rum. So eine Pussy. Das ist schon wieder ein Raptor. Wie viele gibt's denn hier, ey? So eine Kacke. Ich mach alles voll. Gut, dass ich, sobald ich da angekommen bin, dann ein Port habe. Einen Viech? Was ich noch nie gesehen habe. Den legen wir uns mal nicht an, oder? Blutkralle. Das ist machbar anscheinend. Oh ja, das geht. Oh ja, das geht. Oh ja. Oh ja. Uh, das hat knapp. Na komm, schlag ihn wieder. 25. Oh, das ist doch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Zähne, rohes Fleisch. Alter, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir gut hingekriegt. Junge haben wir gut hingekriegt mit deinem Kampfhammer. So, wir laufen hier oben lang, hier sind wir jetzt am richtigen Weg. Lichter Elixit rum, das ist immer gut. Und Mana Tränke, weißt du? Mitten in der Welt liegen Mana Tränke. Als ob. Als ob, Leute, als ob. Weil das Mana ja so in großen Mengen verfügbar ist offensichtlich. Da liegen ja überall Mana Tränke rum. Alles abtrünnige Berserker. Hier gibt es eine elfprozentige Steigung. Das mal kurz zu erzählen. So, also hier geradeaus geht es jetzt in das Land der Kleriker. Prostlos. Ich hätte fast gesagt gottlos, aber hier ist es ja nicht gottlos. Ob deren Gott der wahre Gott ist. Ach, das hier diese Asse. Asse. Ich denke gerade, das wird da so geräusch. Da läuft natürlich ein Raptor. Selbstverständlich läuft da einer. Kann ich mal kurz in Nähe gehen. Skeks, ja natürlich bringt der. Ist der tödlich. Und zurück. Skeks ist zu tödlich. Wenn da so ein Totenkopf-Symbol ist, dann sollte man am besten auch nicht, gar nicht erst gegen die kämpfen. Das hilft nicht. Ich sag's euch. Es hilft nicht. Da ist irgendeine Treppe. Da drant vorbei irgendwie. Dass wir ein Jetpack haben. Ohne wären wir ziemlich am Arsch. Ich glaube, das ist so vorgesehen auch einfach. Waffen. Immer. Was ist das? Das ist das Land, dass dieses Land nicht eiskalt wie Xarkor ist. Unsere Wissenschaftler vermuten, es liegt daran, dass der Meteor ein unterirdisches Lavafeld getroffen hat. Die Hitze der Erde ist heißer als die Kraft des Elex, alles erstarren zu lassen. Oh, er läuft da unten ab. Wer sind die und warum kämpfen sie gegen diesen Skeks? Geh' ich da mal gucken. Alter, wie das hier aussieht. Und das jetzt? Leerika? Auf jeden Fall ist der eine tot. Sollten wir uns vielleicht mal verdrücken. Wer ist der eine, der schon tot ist von den beiden. Also, auf nach Ignorant. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Wenn die mir nicht gefallen werden, werde ich Berserker. Ganz einfach. Geh' ich zu den Ökos. Alter, sieht voll krass aus. Richtig krass aus mit der Lava. Gut, die Seiten von der Textur sind natürlich ein Albtraum. Klar, aber so die Textur an sich sieht total cool aus. Das ist jetzt nicht die geilste Lava, die man je gesehen hat, aber ist nicht verkehrt. Batsch, hier ist aber gar nicht trostlos. Die Frage ist, wo ist die Stadt? Ich hab' doch irgendwo ne Quest von... ...da war, sondern Edan. Besetzt der Berserker. Aufbruch in fährte Länder. Da muss ich hin. Shit. Das ist ja da hingegangen. Da hätt' ich mich da hinporten können. Nur Relikt. Da ist... ...der Hort. Hier? Ach, das war Konrad, genau. Ja, wir müssen den Weg einfach mal weiterlaufen, ne? Immer geradeaus. An den Lavaseen vorbei. Und den Blut irgendwas. Wir sind noch lange nicht irgendwo in Sicherheit. Wir müssen erstmal... ...irgendwie hier... Shit. Krass. Krass, dass das hier ist. Die Gegend ist ultra übertrieben. Lava mit der Lava und dann die Wasserstellen, die hier so reinfließen. Total nice. Komischen. Sechseckigen Steine. Geil. Nicht geil. Sorry, aber finde ich geil. So, das da sieht aus wie ne Mauer. Ist da etwa sowas wie... ...irgendwas, wo man ein... ...wo man aufgenommen wird? Ich glaube, das ist erstmal nur so ne Zwischen... ...er das ist gar nix. Ich glaub, das ist da hinten. Höchstens irgendwelche... ...Mercenaries, die hier Unwesen treiben. Wir haben auch noch nicht eine Menschenseele getroffen, ne? Da liegt nur irgendein totes Viech. Mehrere tote Viecher. Kein gutes Zeichen. Klägliche Überbleibsel. Eine degenerierten alten Kultur. Ein Schandfleck unter vielen. Alter. Was hat die Dinger denn alle getötet? Will ich das wissen? Gut für mich, ich krieg jede Menge Zähne und Knochen. Und ordentlich Fleisch. Ersatz. Gut, wo das Magma herkommt, ist klar. Das kommt von da oben raus. Alles Öl. Hier ist aber auch keine Menschenseele. Da waren die Menschen. Da hinten läuft jemand. Machen wir uns erstmal den Teleport. Dann müssen wir die Kacke nicht mal laufen. Kirmengelände Vulkan. Gut. Sehr schön. Da war aber gerade jemand. Wo sind? Ach da. Können wir ihn nochmal besuchen? Will er uns umbringen? Raudur. Ja, ein neuer Vagabund. Oha. Auf unseren Straßen. Jaa. Lass dich willkommen heißen. Der ist aber nett. Freut mich ebenfalls. Ist es nicht toll. Ist es nicht toll. Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Logisch und konsequent. Ich kann seine Denkweise gut nachvollziehen. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Nein, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erstmal ran. Das ist gar nicht so einfach. Hm. Ich habe doch Elektroschrott. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du fünf Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Okay. Hab ich. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Die sind... Bitte. Es geht doch. Hier. Nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und... Unberechenbar. Splittergranaten. Splittergranaten. Okay. Und der wohnt hier drin? Ja. Ich dachte, der hat keine Splitter. Arsch. Arsch oder was? Von dem geredet? Hat er ja nicht von der Gemeinschaft geredet? Was für eine Gemeinschaft? Ich sehe niemanden. Außer ihm. Doch, da sitzt noch jemand. Da sitzt noch so ein... Ah, da sind noch zwei Leute. Guck mal hier, wer ist er? Ein Wackerbund. Na, du bist wohl auch schon eine Weile auf den Socken. Boah. Ich sagte ja, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Was? Den Tipp gibt es frei aus. Warum hat es dich nach Ignaton verschlagen? Die Vergangenheit. Das musst du mir erklären. Die falschen Freunde, die falschen Ziele, das falsche Leben. Auch wenn es sich wie ein Witz anhört, hier ist es hundertmal sicherer als da, wo ich herkomme. Mehr kann und will ich nicht darüber erzählen. Warte, ich hätte gerne gewusst, wo du herkommst. Wer ist er? Ein anderer Wackerbund. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Hm, ja klar. Klar, warum nicht? Ein Mann mit Verstand. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Ach, danke. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Doch. Vielen Dank. Das hört sich gut an. Wenn ihr hier die Betten gratis verteilt. Ah, Metallschrott. Für gratis Schlaf einhörmöglichkeiten, da sage ich nicht nein. Weil, warum sollte ich nein sagen? Hier ist das Klo. Da habe ich tatsächlich das Klo, ne? Ja, da ist das Klo. Ah, komm, ich klaue den mal nicht hier gesamtes Klopapier. Jetzt kriegen die noch einen rauen Arsch und dann jagen die mich, weil die mich scheiße finden. So, da oben. Hier sehe ich eine wunderbar fehlende Steintextur. Großartig. Hier sehe ich fehlende kaputte Texturen. Das ist immer gut. Da vorne ist irgendwas und irgendwo da hinten müsste die Festung von den Klerikern sein. Ich weiß nur nicht wo, wie weit da noch weg ist. Das ist ja gigantisch riesig hier. Mein Gott. Da hat ein Ende die Gegend. Also ich bin auf jeden Fall am richtigen Weg, wenn ich das so sehe. Ich muss da oben links hin. Ah, das ist da, wo die Eisberge anfangen. Also muss ich einfach immer nur da in die Richtung. Und gucken, dass mich nebenbei auf dem Weg nichts auffrisst. Das ist ja überhaupt nicht so viele Outlaws sind, ne? In der Wüste waren ja noch nicht genug. Also die sind schon echt zu viel. Da sind schon viele, die Jungs. Da können die Berserker aber echt nicht mithalten. Ich meine, das ist natürlich generell komisch, dass es in dieser Welt keine Kinder gibt. Aber dann, ne? Ja.